Hallo liebe Vagefrau, lieber Vagemann, hier ist die Inbal von Inbalstarro.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 29. Juni bis 5. Juli aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, ja? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen und die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen. Denn in Bezug auf die Tarrolegungen darfst du nicht vergessen, dass die Rollen vertauscht sein können, die Legungen immer geschlechterunabhängig sind, zeitflüssig ist und es sich hierbei um Kollektivlegungen handelt, ja? Vage, ich gehe bei Sternzeichen, lege ich so eine gewisse Reihenfolge fest und dann gehe ich nach dieser Reihenfolge, ja? Wenn ich die Legungen mache, zwar reiere ich immer wieder ab. Und eigentlich warst du jetzt gar nicht dran, aber ich hatte das Gefühl, dass du um Hilfe schreist. Und nicht, weil du dich in einem Notfall oder so befindest, aber ich habe intuitiv gehört, wie du regelrecht schreist, leg mir die Karten, leg mir die Karten. Beim Mischen hat sich dann 5 der Münzen gezeigt. Das ist dieses Gefühl von Leere, Verlassensein, Zukunftsängste, Verlustängste, ja? Und jetzt habe ich hier der Hierophant drunter. Das ist dieses höhere Bewusstsein, das man aus dieser misslichen Situation erlangt. Vage. Schauen wir doch mal direkt, was die Karten zu sagen haben. Du hast um Hilfe gerufen, hier bin ich, ciao. Schauen wir doch mal, was die Karten sagen werden, ja? Sechster Stäbe. Du rufst um Hilfe und du bist da auf dem Siegerpodest. Ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Vage. Der Umstand, dass alles in deinem Leben so verdammt gut läuft, führt dir noch stärker vor Augen, wie schlecht es in deinem Liebesleben läuft. In Bezug auf dein Leben generell, Schule, Ausbildung, Freunde, Familie etc. etc. ist alles top. Die Menschen mögen dich, die Menschen lieben dich und auch du. Hast das Gefühl, doch, das fließt alles gut. Nur macht dieser Erfolg umso deutlicher, dass du in der Liebe bei Fünftermünzen bist, dass du in der Liebe das Gefühl hast, dass dir jeder den Rücken zugekehrt hat. Wie kommt es, dass ich in meinem Leben so beliebt bin, so erfolgreich bin, während ich in der Liebe komplett ignoriert werde? Asterkälche. Waage, du fühlst dich von Menschen verlassen, die du selbst verlassen hast. Du fühlst dich von Menschen verlassen, die du selbst verlassen hast. Und wenn du jetzt sagst, nein, das stimmt nicht, er hat mich verlassen, dann überleg mal, wann das Verlassen durch welche Seite wirklich angefangen hat. Wer hat wen zuerst verlassen? Verlassen ist nicht nur physisch. Wer hat hier den Antrieb dazu gegeben, dass man auch physisch getrennte Wege geht? Und wenn das dann immer noch nicht der Fall ist bei dir, dann ist das nicht deine Legung. Ich sehe hier vage Menschen, die der Liebe den Rücken zugekehrt haben, sich stattdessen um andere Dinge gekümmert haben, was auch absolut euer Recht ist, sich dann aber darüber aufregen, dass sie verlassen wurden. Ihr wurdet nicht verlassen. Ihr habt die Liebe gar nie erst priorisiert, damit die Gegenseite da auch etwas priorisieren könnte. Dieser Sieger hier wendet der Liebe den Rücken zu. König der Stäbe, du bist dem gefolgt, was du in deinem Leben erreichen wolltest. Absolut dein Recht und ich finde sowieso, dass das besser ist, dass man seinem Leben folgt und die Liebe einfach geschehen lässt. Ja, absolut, aber man darf nicht darüber reklamieren, dass andere Menschen einem den Rücken zugekehrt haben. Wenn man diese Menschen gar nicht erst priorisiert hat. Ja. Vage, ich sehe jetzt hier, dass du... Gib mir einen Moment. Ist eine ein bisschen komische Legung für Vage. Vage, ich habe das Gefühl, dass du in deinem Leben an einen Punkt kommen möchtest, wo sich niemand mehr getraut, dir den Rücken zuzukehren. Du willst an einen Punkt kommen in deinem Leben, wo du nicht mehr eine Person bist, der man den Rücken zukehren würde. Okay. Vierter Kelche. Du willst an einen Punkt kommen in deinem Leben, wo die Menschen dich als die grösste Chance in ihrem Leben sehen. Eine Chance, die sie nicht verpassen dürfen. Vage, du bist jetzt schon eine Chance, die man nicht verpassen sollte. Ich bin auch eine Chance, die man nicht verpassen sollte. Er, sie, es ist auch eine Chance, die man nicht verpassen sollte. Ich verstehe nicht, warum du sagst, ich muss erst mal an diesen Punkt kommen. Und dann hast du, um an diesen Punkt zu kommen, auf dem Weg dahin, auch noch Menschen, an die du interessiert warst, den Rücken zugekehrt. Und dann empfindest du dich, dann empfindest du die ganze Situation, als ob sie dich verlassen hätten. Dabei warst du hier dabei, zu jemandem zu werden, dem man den Rücken nicht mehr zukehrt. Dabei kehrst du den anderen den Rücken zu und sagst dann, sie haben mir den Rücken zugekehrt. Aber wissen Sie, wie er war hier? Vage. Sechster Schwerter. Gut. Dieses Wirrwarr wird schon bald ein Ende haben, Vage. Deine Vernunft wird sich ziemlich bald einschalten. Ich habe hier Feuer, hier Feuer. Es handelt sich hier um ein paar Tage nächste Woche, wo du ein bisschen von deinem Ego angetrieben sein wirst und dir so denkst, wartet nur ab, was aus mir für eine Frau wird, was aus mir für ein Mann wird. Ihr werdet nie wieder mir den Rücken zukehren und, 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 und. Ab ungefähr Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag eher, beruhigst du dich wieder, Vage, und denkst, warte mal, warte mal, was mache ich hier? Also ich habe euch gerade die Konstellation vorhin erklärt, was hier genau los ist in dir. Wen du weggestoßen hast, wer weggegangen ist, wer dich verlassen hat, aber doch nicht verlassen hat und du jetzt auf welche Art und Weise wieder zurückhaben willst, sehr, sehr, sehr kompliziert. Du denkst dir, hey, 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 warte mal, was tue ich da? Was tue ich da? Ich muss diesem Vorhaben hier, das ich habe, den Rücken zukehren. Ich darf nicht mit meinem Ego agieren. Sechster Stäbe hier, sechster Schwerter hier. Du merkst, in der Liebe darfst du nicht diesen Ehrgeiz das spielen lassen. Es macht dir von Vernunftsgründen, also aus Vernunftsgründen macht es für dich keinen Sinn hier. Und du hast wahrscheinlich schon mit dem Kopf geschüttelt, als ich dir all das hier erklärt habe. Wenn du jetzt sagst, von was zur Hölle redet diese Frau, dann sage ich dir, es ist Sonntag und die Woche, die steht noch an und Zeit ist flüssig. Warte mal ab, was in den nächsten ein, zwei, drei Wochen bei dir passieren wird. Du wirst diesen Modus da haben. Du wirst dich in diesem komischen Modus da befinden. Und du wirst es nicht einmal merken, du wirst es erst merken, wenn du dann da bist. Wo du dir dann selbst so an die Stirn klopfst, klatschst. Drei der Münzen. Du wendest dich ab von diesem temperamentvollen Vorhaben, das du da hattest. Ja, diesem ehrgeizigen Ding da, das du da plötzlich hattest. Du wendest dich ab, gehst da hin, setzt dich hin und studierst. Ja. Sechster Schwerter. Drei der Münzen. Die zweite Karte bestimmt die Summe, das ist dann neun der Münzen. Du wirst dich dann nach diesem Selbststudium, das du hier durchführst, wirst du dich mit neun der Münzen komplett von diesen negativen Gefühlen da, die du hier hattest. Diesen falschen Ehrgeiz. Ja. Ich bin hier, 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 hier erfolgreich. Also muss ich auch in der Liebe erfolgreich sein. Ja, dieser Ehrgeiz. Von all dem löst du dich ab und wirst dadurch emotional unabhängig von all dem Negativen aus der Vergangenheit. Okay. Ich werde hier eine weitere Reihe ziehen, dann sehen wir, was hier genau passiert und worauf das Ganze hier hinausläuft, ob sich da irgendjemand zeigt oder nicht. Unabhängig davon werde ich so oder so fragen, was es hier gibt, was du, schau mal, fünfter Münzen zeigt sich, das ist eben dieses Gefühl, das du hast. Diese Karten hier werde ich fragen, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Die fühlen sich verlassen, Waage. Die sind die, die sich verlassen fühlen, die verlassen wurden. Ich bleibe dabei. Diese Karten hier werde ich da, wo ich Actions sehe, nach einer Zeitkarte fragen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.